Marco, bist du bescheuert oder was? Was ist das denn? Ey, seid ihr irre? Für mich keine Chance jetzt mehr. Ride or die. Ey, der tickt doch nicht mehr im Zauber. Mann, was macht ihr denn? Ja, was willst ihr denn machen? Das geht locker. Ey, das geht auch locker. Ich hasse mich so fest. Wir fahren Norschau auf Schnee. Alter, im Schnee war Norschau. Ihr seid so behindert, ey. Das macht doch keiner.